Es gibt nirgends ne grüne Ampel, wenn du total in Eile bist. Du kriegst Angst, wenn du dich fürstest und Hunger, wenn du nichts isst. Wer dich fragt, kriegt keine Antwort. Es gibt kein Feuer ohne Rauch. Und wenn du nie genug von mir kriegst, kriegst du nen Bauch. Ja, wenn du nie genug von mir kriegst, kriegst du nen Bauch. Bier und Bauch, Bier und Bauch. Bier und Bauch, Bier und Bauch, Bier und Bauch. Bier und Bauch. Es bringt dich wohl ins Grübeln, doch macht dir nichts gleich ins Hemd. Ich bring doch nur Licht ins Dunkel, ich find, dass du erkennst. Alice hat nun mal zwei Seiten und das ist gar nicht so dumm. Es ist ne Frage der Betrachtung, sie ist doch mal andersrum. Du würdest ohne rote Ampel ständig einen Unfall bauen.